Die erste Waffe X ist jetzt im Item Shop. Nachdem sie aus dem Bunker befreit wurde, ist sie jetzt im Item Shop mit zwei Stilen. Helm an und Helm ab. Logan, die erste Waffe X, Deckname Wolverine. Da ist er. Ziemlich, ja, wie man ihn kennt, beharrt. Krallenmäßige Finger. Verkrümmt. Und völlig verkabelt hier in dem Fall. Auch ohne Helm verkabelt. Ja, also das Einzige, was er hat, ist so eine Shorts irgendwie. Lauter Gürtel. Schultern, Schultergürtel und kleine, kleine Apparaturen irgendwie. Verbunden mit dem Körper auch. So Elektroden kann man sagen. Latent aggressiv, also richtig aggressiv eigentlich. Der weiß schon gar nicht mehr, was los ist. So, da ist der Lego-Stil. Der ist diesmal nicht so aggressiv. Guckt nicht so verschmitzt. Wegen dem Helm wahrscheinlich. Und hier ist das Rücken-Accessoire. Experiment X-Ausrüstung. Damit sollte der perfekte Attentäter kontrolliert werden mit dem Helm. Da hat er das Ding auf, hat er keinen eigenen Willen mehr. Anscheinend. Und, ja, der hängt so an der Ladestation dran. Hat der Skin den Helm auf, sieht das Ding so aus. Das ist die Ladestation ohne Helm. Da kann man ihn dann wieder einhängen. So sieht das aus mit dem Kabel, ne? Runterhängt. So, dann gibt's noch Waffe X Krallen. Praktisch und zerstörbar. Aus Adamantium geformte Klauen. Ja, so sehen die auch aus. Sie haben auch Armaturen dran. Die kommen nicht aus dem Körper raus in dem Fall. Hier sind die an so kleinen elektronischen Kästen angebaut. Ja, mit auch ein paar Kabeln. Ja, wenn er dazu haut, dann sprüht es halt Funken. Elektronische Funken quasi. Dann gibt's noch den X-Tracker, die Lackierung. Die ist animiert und reaktiv. Ja, ich weiß nicht, ob die auch wieder die Eliminierung anzeigen kann. Auf jeden Fall hat sie ein grünes, ja, animiertes Feld. Zwei. Vorne und hinten leuchtet's grün. Ansonsten ist sie auch ein bisschen so verkabelt. Mit roten Kabeln durchzogen, die Lackierung. Ja, ist nicht schlecht. Ich find sie gut. Reaktiv. Ich weiß nicht, was sie macht, wenn's reaktiv wird. Wahrscheinlich leuchtet's dann grün oder so. Ja, das war das Paket. Waffe X. Ich sag ciao.